Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Varian, wenn dein Spiegelbild reden könnte und die Outtakes schauen wir uns natürlich nachher auch noch an. Ich bin mal wieder gespannt, wird sowieso wieder lustig. Let's go Leute! So willst du raus oder was? Hallo, ja hier. Ja, was bist du? Was? Was ist? Denkst bestimmt, du hast ein Ding an der Waffe jetzt, ne? Ja, aber keine... Was? Ja, aber keine was. Wieso stotterst du so? Bist du aufgeregt? Ja, keine Ahnung. Ich unterhalte mich hier gerade vielleicht mit meinem Spiegelbild. Ja, und? Und? Das ist doch nicht normal, oder was? Ja gut, was ist normal, was nicht? Ist deine Frisur normal? Im Gegenteil, sie ist grottenhässlich. Aber du trägst sie trotzdem. Im Gegenteil, sie ist grottenhässlich. Im Gegenteil, sie ist grottenhässlich. Aber du trägst sie trotzdem. Kannst du mir das eventuell mal erklären? An deiner Stelle würde ich mal zum Friseurin und mir die Seiten nachschnippeln lassen. Das meine ich nicht. Warum sprichst du mit mir? Ich hab's nach all den Jahren einfach satt, dass ich dir immer nacheifern muss. Jetzt hab ich endgültig einen vermüllt, oder was? Wie wär's, wenn du mir mal alles nachmachen würdest? Überleg doch mal. Ich muss einfach alles von dir nachmachen. Und was das Schlimmste ist, ich muss alles von dir sehen. Und an dir sehen. Morgens. Wenn du wieder mal nackt durch die Bude tanfst. Das geht vielleicht nur mich was an. Und mich vielleicht. Ich muss das alles sehen. Und was... Das ist so geil, Alter. Mich geht das auch was an. Ich muss das alles sehen. Ich muss das alles sehen. Und was verlangst du jetzt von mir? Dass du eventuell mal Rücksicht nimmst und dir anfängst, einen Schlübbe anzuziehen. Und als nächstes soll ich noch alle Spiegel abhängen und du liegst nur auf der faulen Haut, oder was? Ich muss hier die ganze Zeit chillen und warte eigentlich nur, dass du deinen nackten Arsch wieder mal durch die Bude schwingst. Muss ich mir den ganzen Kram jetzt hier jeden Tag geben, dass du mich voll quatschst, oder was? Weißt du, wie schwer das ist, sich so schnell umzuziehen? Das geht nicht mal eben so fix. Kann ich denn jetzt los, oder was? Wo bist du denn überhaupt? Red ich das irgendwas an, oder was? Ja, natürlich, wenn du es nicht mal dir selbst sagen kannst. Wem dann? Ich habe ein Vorstellungsgespräch für einen neuen Job. Und da bist du so hin, oder was? Mir wurde gesagt, dass ich casual kommen kann, also mach ich das auch. Hast du überhaupt schon vor dem Spiegel geübt, was du sagen willst? Bei mir warst du jedenfalls nicht. Warst du wieder im Bad bei George? George? Warst du im Bad bei George? GG, Alter, die anderen Spiegelbilder haben sogar einen Namen. Im Bad bei George? George, war er wieder bei dir, oder was? Nee, bei mir war der Bengel nicht. Ist da auch einer drin? Denkst du, ich mache den ganzen Käse alleine, oder was? Ich werde nie wieder schlafen können in der Bude. Mein Gott, du schnackst so, als hättest du hier mit dem Geist geredet, Mann. Komm mal wieder runter, Junge. Ich unterhalte mich gerade mit einem Spiegel. Das ist doch nicht normal. Sag mal, was bist du denn so laut hier, Mensch? Wir müssen doch los jetzt. Ja, aber, ja, ich bin fertig. Wir können gehen. Okay. So, dann mal los, wa? Ja, mach das, aber fahrt vorsichtig, ne? Ja, klar, wir fahren immer vorsichtig, ne? Alter. Das ist geil. So, nun verzieht euch. Denkst bestimmt, du hast ein Ding an der Waffe jetzt, ne? Sehr nice, auf jeden Fall. Hat mir gut gefallen. Ist mir aber was anderes. Habe ich so noch nicht gesehen. Auf jeden Fall witzig. Wir schauen natürlich auch noch die Outtakes, Leute. Let's do it. Okay. Keiner will. So? So? Ach so, so, oder was? So? Ja, aber keine geht. So kann man doch. So, ich guck mal in den Spiegel jetzt. Nehmen wir schon auf? Hier ist uns egal, oder? Okay. Ich feiere so eine Lache einfach so brutal, ne? Das ist unglaublich. Das ist gar nicht so einfach, den Winkel richtig einzustellen, wenn man dieses Spiegelbild aufnehmen will, ne? Okay. Ja, schön Sonnenbrand von dem Scheiß. Ja. Und jetzt guck ich quasi... Jetzt guck ich zu dem da hinten. Ja. So, hör auf. Wieso denn Drogen? Das sind die Drogen. Das sind die Drogen. Mit Kohlensäure. Das war aber gar nicht in dem Clip drin, oder? Ach, das ist das mit dem, äh, mit der Polizeikontrolle. Das hab ich gar nicht geguckt. Fällt mir grad mal ein. Hehe. Brudi, ich muss los, wenn die Rolle wieder schreien. Kann ich ihn jetzt abknallen, oder? Look, Alter. Warum verarschst du mich immer, oder? Okay. Ach ja, Varian macht einfach gute Laune. Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst bei ihm Supporter, lasst bei ihm Abo, oder einfach ein witziger Typ. Die Videos machen einfach gute Laune. Ist immer wieder schön. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, macht es gut, haut da rein und ciao.